Hallo, ich grüße euch. Ich begrüße euch. Ich bin der Medienkanzler, eine fiktive Figur. Eine Filmcharakterfigur. Egal wie ich aussehe, schäbig, hässlich, egal wie. Das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Weder dieser Papp-Einheit oder die Papp-Einheit oder die Papp-Einheit, Stormtrooper oder Anzolo. Ich bin eine, ja, ich bin eine fiktive Person. Und diese fiktive Person spricht ja zu euch in dieser laufenden Kamera, gerichtet das Wort an alle, die hier bei YouTube, als YouTuber, sich extra anmelden, um dieser fiktiven Figur, diesem Medienkanzler, ordentlich Bescheid zu sagen. Tja, ihr meldet euch an, als YouTuber, ohne Avatar, ohne einen Videoclip und schreibt hier drunter. Wow, astral Spitze. Wir rechnen jetzt mal ab hier mit dem Jahr 2015. Es ist soweit. Wir gehen jetzt auf das Jahr 2016 zu und wir gehen jetzt auf diesen Film hier zu. Ja, Star Wars. Die Macht erwacht. Irgendwie passt das. Die Macht erwacht. Auch die Macht erwacht beim Medienkanzler. Ja, beim Medienkanzler. Meine, meine, ich fände es super, wie ihr im Jahre 2015 Ergüsse unter Videoclips gegossen habt. Pamphlete, Ausdrücke. Ja, ihr wart spitze. Ihr wart echt spitze. Meine lieben Freunde, eins ist doch klar. Wenn dieser Videoclip so grottenschlecht ist, ja, warum seht ihr ihn dann an? Ja, ist eine gute Frage, oder? Ihr schaut euch jetzt diesen Medienkanzler hier an. Ihr schaut jetzt Ultra HD Web TV. Und wenn der Medienkanzler, ja, der Medienkanzler hat im August, ha, im August werde ich nie vergessen, Til Schweiger, das war so ein Thema, ne? Til Schweiger, Asyl und alles war im Jahre 2015, boah, das Thema. Vor allen Dingen Til Schweiger, das war das Oberthema. Da ist ja richtig, da gab es ja richtige Ergüsse. Meine Güte, was habt ihr unter dem Video geschrieben? Was habt ihr da, boah, Hammer, spitze. Ich meine, das war 2015, bis jetzt so langsamer ausklingt, ja. Am 17.12. an alle, die am 17.12. Geburtstag haben, an alle, die Star Wars verrückt sind, die Star Wars lieben, aus welchem Grund auch immer, und im Kino sitzen, ihr habt es gut. Am 17.12. 2015 kommt dieser Film ins Kino, die Macht erwacht. Ja, hier erwacht auch die Macht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erstens, da muss man sich Beleidigungen anhören, wie, du bist ein ganz hässlicher alter Mann, ja. Und deine Perle verarscht dich, weißt du, Herr Bescheid, ne? Du bist sowas von armselig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer sowas schreibt, ja, sollte doch mal drüber nachdenken, warum er das schreibt. Er sollte mal drüber nachdenken, warum er sich diesen Videoclip angesehen hat. Überhaupt alle Videoclips angesehen hat. Also dieses Statement jetzt hier bei Ultra HD Web TV ist natürlich gemacht worden, weil alle Videoclips gelöscht wurden. Ja, irgendwann muss man sich ja mal löschen, die waren uralt, ja. Man macht das ja nicht nur heute, man macht das ja öfters, ja. Seitdem es Internet gibt, seitdem es dieses Web 2.0, Commercial, was weiß ich, das Internet ist so schnell, das Internet ist so schnell, da kann man gar nicht reagieren. Euer Medienkanzler hat keine Zeit, um darunter zu schreiben. Vor allen Dingen doch nicht diese ganzen Pamphlete. Ein Gruß an eine gewisse politische Gruppe. Der Medienkanzler ist kein Politiker. Der Medienkanzler gehört auch keiner politischen Gruppe an. Der Medienkanzler ist international, schon mal davon gehört, weltoffen, ja. Es gibt hier keine Nationalität. Seine Nation ist deutsch. Und wenn man gegen Deutsche hat, ist ein Hasser. Ein Deutschhasser. Ja, sowas gibt es auch. Würde ich mal drüber nachdenken. Bevor ihr hasst irgendjemanden, ja. Ja, ihr nehmt doch nichtmals Rücksicht auf Politiker, ja, ihr greift die Grünen an. Ich glaube, Frau Roth war das, die im Jahre 2015 da vor die Kamera getreten und glaubt, eine andere Politikerin ist auch vor die Facebook-Kamera getreten, hat dann vorgelesen, wie sie doch beschimpft worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer sich öffentlich präsentiert, kann nicht verlangen, dass er ein Superstar oder eine Figur wird. Ja, das geht nicht. Eine Person, die sich öffentlich zum Deppen macht, muss damit rechnen, dass aus Deppenhausen die anderen Deppen kommen und, und, ja, über ihn herfallen. Das ist normal. Das ist total normal. Weil, ja, bevor euer Medienkanzler mit seiner Sammelfigur und TV-Geschichte anfängt, ja, dieses grottenschlechte, dieser grottenschlechte Typ, der so schlecht aussieht, dieser hessische Mann, ah, ich liebe es, viele Freunde, viele Freunde, viele Filme aus Neverland. Real sieht die Welt komplett anders aus. Meine lieben Freunde, 1 bis 10 Prozent wird das Internet genutzt. Und 1 bis 10 Prozent ist es schlecht. Internet ist super schlecht, ja. Ihr kauft auf einem Marktplatz, genannt Amazon. Amazon ist ein Marktplatz, wo viele Händler ihre Ware präsentieren. Und ihr könnt sie dort für teures Geld, überteuertes Geld kaufen. Und dann kommt so eine Ware in einem Schuhkarton daher. Oder zerbröselt, zerstückelt oder was weiß ich. Ja, so sind Marktplätze nun mal. Ja. Und so ein grottenschlechter Mann wie ich, der so grottenschlecht aussieht und so grottenschlecht... Ja, so grottenschlecht ist. Boah, 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 ne. Nicht der wahre Weibertyp, ne. Ja, wenn, ich weiß es nicht. Ich meine, es ist toll, wie ihr unter solche Videos eure Ergüste schreibt. Und ich nennen euch sogar, also an alle, die sich gerade frisch angenannt haben als YouTuber, um diesem Video einen Kontext zukommen zu lassen. Oder eine Textur oder eine, ein Gimmick, ein Reimick oder irgendeine Brutalität schießt ihr in den Kopf, du alter Sack. Du bist ja sowas von hässlich. Mach dich weg. Ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr mal auf dieses Video gesichert. Ja, ihr seid's doch. Ihr seid's doch, die hier drunter schreiben. Hallo, ihr werdet nicht gezwungen. Keiner wird gezwungen, sich diesen Medienkanzler hier, diesen Videoclip, das Schlechteste vom Schlechten, ja, anzuschauen. Nein, wirklich nicht. Keiner. Es wird keiner gezwungen, es wird auch keiner gezwungen, hier drunter zu schreiben. Weil der Medienkanzler hat keine Zeit, eure Pamphlete, eure Ergüsse, ja, euren Hass zu kommentieren. Da hat er keine Zeit für. Das müsst ihr doch mal verstehen, ja. Ja, deswegen. So ein Medienkanzler kann natürlich kein Hans Solo werden. Das geht nicht. Das geht nicht. Das klappt nicht. Wie denn auch. Dafür gibt es ja viel zu viele YouTuber, ne. 2015, ja, waren so viele Schauspieler hier. Ho, da waren so viele Schauspieler hier. Ich frage mich nur, wo spielen die und wo schauen die. Naja, ist egal. Ist eure Sache. Ihr seid Schauspieler. Ihr glaubt auch fest daran, dass ihr Schauspieler seid. Und deswegen sage ich nichts. So. Wenn der Medienkanzler etwas sagt, öffentlich in diese Kamera, dann ist das die Meinung vom Medienkanzler, seine persönliche Meinung. Und die ist nicht respektive anderer Meinung, ja. Sie hat nichts mit anderer Meinung zu tun. Es ist vom Medienkanzler seine persönliche Meinung. Ja. Ja. Wer ist so ein grottenschlechter Typ. Ja, so ein grottenschlechter Typ. So, boah, ho, ho, Typ. So schleimig, so schlecht. Boah, boah. Ja, wenn ihr einen Videoclip macht, müsst ihr euch das nicht ansehen. Ihr müsst euch das nicht ansehen. Ihr müsst doch nicht ganz drunter schreiben. Wer zwingt denn euch dafür? Na, hallo? Manche schreiben 16, 17, 18, 20 Mal. Ey, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun, oder was? Hm? Ja. Also ich habe eine Menge zu tun. Erstens habe ich diese Video jetzt gemacht. Um mich total recht herzlich zu bedanken für alle die 2015, alle 1000 Videos, die da gemacht worden waren, die jetzt gelöscht, jetzt sind ja nur noch zwei online, dieses hier als Statement im Jahre 2015. Ob der Medienkanzler es schafft, im Jahre 2016 wieder tausend mieser Wahl, Videoclips auf den Weg zu bringen, das weiß der Medienkanzler oder nicht? Ja? Der Medienkanzler freut sich ja jetzt schon. Noch ein Bauch, wenn alle wieder anfangen zu schweigen. Ja. Boah, ist das voll schlecht. Boah, wie kann man denn nur? Ja, wie kann man denn nur? Und nur die Dopen, ja, klar, die Dopen, die verdienen schweinige Geld mit ihrem Scheiß. Ja, die ziehen sich aus, haben einen Hamster hier rumlaufen, oder eine Katze, oder ein Hündchen. Eine Million Clips für totalen Schwachsinn, und verdienen da mal eben lockere 100.000 Euro, oder werden Millionär. Und dann setzen ihre dreijährigen Kinder, dreijährige, ja, drei Jahre alt, setzen die vor die Kamera, und ein Dreijähriger pflückt da mal traurig einander. Und dann spricht er und babbeln dabei. Boah, der ist aber scheiße, der ist aber babbeln, ja, was denn geht? Ja, Millionen gucken sich ja an, und der Vater, der reibt sich die Hände, der Dreijähriger hat echt Kohle gebracht. Ja, das ist YouTube. Ja, das ist YouTube. Wir sind alle im Internet auf einem sehr, sehr großen Marktplatz. Das Internet ist ein Marktplatz. Jeder verkauft jeden, und jeder macht jeden schlecht. Ja, vor allen Dingen mich, ja, dem Medienkanzler. Nun, der Medienkanzler ist nur mal ein Kanzler, ja, der Medien. So, und den muss man schlecht machen. So, und es wäre schade, es wäre schade, wenn ihr den Medienkanzler nicht so schlecht machen würdet. Ne, ist ja klar, oder? Ja, ich weiß, das soll ein Satire sein. Boah, wo ist denn da die Tiefe? Der Typ da macht Satire. Über Kunst können wir streiten. Denn Kunst ist alles und alles ist nichts. Ich kann einen Backstein, ne, ich kann einen Backstein anmalen, und jetzt gehe ich gleich ans Telefon, dann ist dieser Videoclip auch vorbei. Ich kann einen Backstein anmalen, und sagen, das ist Kunst. Und dann werdet ihr sagen, der Backstein, er ist ein Backstein. Du hast ihn nicht mehr alle. Aber irgendwann in 100 Jahren ist dieser Backstein so wertvoll, ja, und alle streiten sich um diesen Backstein. Komisch, wa? Van Gogh wurde ausgelacht, hat sich sogar ein Ohr abgeschnitten, und heute ist Van Gogh so teuer geworden, dass ihr ihn euch nicht leisten könnt. So müsst ihr das sehen. Total recht herzlich willkommen auf dem größten Marktplatz aller Zeiten, dem Internet. Ja, und jetzt reicht es mir hier noch Ende.